Hallo, MetaLay3000 ist hier und das ist UFO Alien Invasion, mein Let's Play Projekt. So, und jetzt geht's los. Gelandetes UFO in Europa. Das kann ich natürlich nicht erlauben. Und eine Terrormission in Jerusalem, jawohl. Hm, also die Arbeit geht uns als Phalanx nicht aus. Oh, und das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Diese, so eine Mission in einer Disco. Wow. Ganz kleine Karte. Das Raumschiff sieht man gar nicht. Okay. Aber wir sehen schon einen Gegner. Ja, da. Ein Taman. Der tummelt sich da auf dem Dach, der Bursche. Okay. Ja, jetzt wären Flammenwerfer vielleicht doch gut gewesen. Aber kann man ja nicht wissen. So, siehst du den? Hast du vielleicht sogar eine Schusslinie? Nein. Wie komme ich denn da hin? Okay. Hier ist keiner. Mal sehen. Kannst du den erreichen? Nee, auch nicht. Okay. So. Nächster. Mal hier hin, bitte. Da hin. Und noch ein Gegner. Aha. Die tummeln sich da alle in der oberen Etage. Gut. Da, mal hier hin. 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 Oh, oh. Jetzt sehen wir schon vier von den Halucken. Gut, da würde ich jetzt sagen... Mal auf den drauf hier. Hm. Das war ja leider ein Flop. Das war ja leider ein Flop. Das war ja leider ein Flop. Das geht nicht. Geht doch rollen. Hm. Ach, Zeiteinheiten fürs Rollen. So, dann kannst du doch noch hier hinlaufen. Und dann schafft er es auch sogar noch zurück. So, und jetzt mal bitte. Ah, gut. Eine Sorge weniger. Aber das hier ist natürlich eine böse Sache. Mensch. Ja. 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 Hier mal weiter, so. So, ich hoffe, die da drin, die beiden, die überstehen jetzt die nächste Runde. Auf Weier. So, ich hoffe, die beiden. So, dann erstmal den hier wegpusten, bitte. Dankeschön. Pfff! Okay. Ach du... Noch einer. So, denn jetzt aber Dauerfeuer hier. Pfff! Pfff! Gerade nochmal gut gegangen. So, was mit den beiden? Er ist verletzt. Ich würde sagen, er zieht sich mal ein bisschen zurück hier. So. Und du gibst jetzt mal Dauerfeuer auf den da. Sehr gut. Gut. Dann haben wir immer noch... Da noch einen. Mal näher ran hier. So. Das wird nichts. Da würde ich sagen... Du ziehst dich mal zurück. Hier hin. So. Und dann war's das auch schon wieder. Okay, irgendeiner ist durchgedreht von den Aliens. Das freut mich. Gut. Okay. Okay. Und wie es dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss! 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 Tschüss!